Wer ist das? Wie Helene Fischer, Fans wundern sich, Sophia Thiel total verändert. Sophia Thiel postet zwei neue Fotos auf Instagram, und sieht so anders aus, dass manche Fans sie gar nicht erkennen. Stattdessen sehen sie ihn ihr an Helene Fischer Double. Fitness-Bloggerin und YouTuberin Sophia Thiel postet zwei neue Bilder auf Instagram, und zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Sie sieht so verändert aus. Dass die Fans kaum glauben können, dass sie es ist, wer ist das? Und habe dich gar nicht erkannt, Kommentare reihen sich unter dem Bild aneinander. Die meisten User sind von dem neuen Look begeistert. Wow, eine neue Persönlichkeit. Super, wow, was ist denn mit dir passiert? Ein echter Wimp, das ist echt krass. Hab dich beinahe nicht erkannt. Du siehst ja aus wie ein Hollywood-Star, und vom hübschen Mädchen zur schönen Frau sind nur einige der Meinungen der Fans zu den Bildern. Doch die User erkennen sogar eine Ähnlichkeit zu einem anderen Star. Helene Fischer? Lautet eine Frage zu dem Bild. Und auch andere scheinen die Meinung zu teilen, wie Helene Fischer sehe Sophia Thiel mit ihrem neuen Look aus. Auch Negativ-Kommentare gibt es natürlich. Nicht jedem gefällt der neue Style der 24-Jährigen. Oh mein Gott! Sei doch einfach du selbst, schreibt beispielsweise ein User.